auch hier ist es ja wenn jemand genau jeweils müssen wir es welchen Weg gehen auch und um haben sich das mal nach unten gehen ok oder da unten hier unten ja auch mit Kredokus ja ok ich bin schon falsch abgebogen alle wege für nach rom italien in italien gibt es gibt es große genitalien genitalien in italien gibt es ja immer noch mal nicht noch weiß ich werde auch kommen schon wie also nicht was weiß immer hier ich war ja offen oder der karabermutter sind wir aufhören Warte, warte, wir verkaufen noch mal was. Warte, so. Alter, ne Pille. So, 15.000 Euro ohne. Das ist schon mal geil. Ja, und hier. Ähm. Ja. Ach, nehm ich mal mit. Dann müssen wir mal wieder hier runter. Und da. Und, äh. Und hier. Und wo sind wir? Auf welcher Map? Hier sind wir. Auf welcher Map. Und hier sind die Richtige. Nein, das ist nicht die Richtige. Bis wir über und über sind gefliegen. So. So. Hallo. Hier. Ah, hier sind wir. So. So. Dann landen wir mal. Ah, hier war... Ah, nee, warte. Ah, hier müssen wir den goldenen Schlüssel. Der Stadt Dortmund, Tormund. Vom Bürgermeister hier einpflanzen. Also ich war hier aber trotzdem mal, bevor wir hier... welche coolen Sachen passieren, auf die ich nicht vorbereitet war. Schau mal, nochmal. Ah, okay, das sind wir hier. Dann gehen wir hier. Mein Mann. Man kann ja nie wissen. Alter Topf, was für den Kopf und Klopf. Äh. Ich hab die Kirche angegriffen. Ihr habt den Papst ermordet. Ermordert. Herr Matthias... Mein Hals ist scheiße. Ermordert. Das ist ein R zu viel. In der letzten Silbe das R streichen, mein lieber Herr Matthias Winder. Es heißt ermordet, nicht ermordert. Kapitze, ne? Weiter geht's. Ich empfinde nichts als Hass für euch. Dann tu das. Du kleiner Giftzwerg. Werd. Ich werde lange für die Geltung, gottlose Frau. Du hast keine Chance gegen uns in den Himmelsrössungen. Nur das wollen wir mal sehen. Boah. Nur der Teufel ist ohne Hoffnung. Ich kann nicht die Ruhe, solange euer Blut noch warm ist. Also sterbt. Angriffsbefehl aktiviert Abwehrkräfte. Windschuss. Wo ist euer Knall da? Ja, das knallt aber auch rein. Ach, wie süß. Sollen wir mal so. Windschuss. 5000 Meter. Oh, das ist immer ein geiler Schaden. Windschuss. Dass die Drohnen nur zweimal reinknallen. Statt fünfmal. Na, ist auch ein bisschen scheiße. Und nochmal Windschuss. Windschuss. Das war immer im Zug. Das war immer im Zug. Beim ICE ist das immer so. Der ICE tut nicht weh. Wollen wir weiter? Weiter. So. So. Die Rhein-Mam-Such. Das bist du von der fette Faule-Tüter-Sau. Es ist doch immer so ein Kreuz mit dem Kreuz. Diese Kugel verleiht euer Art anderer Fertigkeiten. Wir müssen sie zerstören. Ja, da machen wir mal, na? Support-Kugel. Warte, das. Mann, Mann, Mann. Ah, der Victor, Mann, Mann, Mann. Der Rhein-Schuss, Mann, Mann. Der Rhein-Schuss, Mann, Mann. Ich hau dir dagegen. Ja, also, ähm, Blank-Mackmeyer ist dran. So. Angerichtsbefehl, Mann, Mann, Mann. Wir greifen mal an. Wie immer. Warte, das. Hat auch schon wieder genug. In allem. In alledem. Runter. Abwehr, Mann, Mann. Abwehr, Mann. Ja. Ah, hier ist ein Reparaturset. Der braucht eine Reparatur. Die Siena muss immer wieder... Ja. Ja. Ah, hier ist ein Reparaturset. Ja. Apparaturset. Jo, Winschuss. Äh, Winschuss. Mann, Mann. Er ist maximal unfair. Der ist scheiße. Mann, Mann. Apparaturset. Jo, war das jetzt. Jo. Dreimal am Zug. Jünger. Na. Wir machen nochmal. Angersterbung. 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 Müssen wir mal versuchen. Ist so asozial. Jo. Aber wir müssen es einfach versuchen. Wir müssen es einfach versuchen. Wir müssen es einfach versuchen. Ausbilder. Aber es sind so. So. Wie wäre das? Schöpfig. Das erschein. Ich wo ihr hier und einÉesen wäre. ich bin die Scheiße das ist nicht nur die Scheiße hier und es sind da Der ist wirklich ein Kreuz mit dem Kreuz. Der ist wirklich die letzte Affenpisse hier. Sprechestandladen. Leider. Wo wieder ein krasser Scheiß passiert. Was ich einfach machen würde, ist folgendes. Die Himmelsrichtung, ne? Setup. Schwert. Das Geduldsschwert. Elementarkannode. Warte mal. Schwertenschild. Dann wird hier schon mal gestärkt. Ich muss mal ein bisschen gucken. Angriff. Ja mal. Wir versuchen es aber mal. So. Support wieder ohne. Na, das wird ja wohl nix. Wir haben schon alles. gut. Ich muss ihn einfach mal probieren. noch mal ablos stehen. Magier. Angreifer. Gleicht Böden. Hier mal. So. Na ja. Das macht mich nur schwächer. Warum entgehen? Na. Entgehen, also das mit dem Entgehen, das ist irgendwie nicht so. Ob wir erhöht. Hüter. Hüter. Er ist ein Schlag. Schmutzige Behörungen. Na. Lichtwiderstand. Dunkel, Lichtwiderstand. Wir können es ja mal probieren. Talent dran. Leichtes Ziel. Ah. Abwehr erhöht. Mal mal. So. Kompetenzen. Na. Alles ausgemaxt. Na. Ich weiß nicht. Ich speichere nochmal. Irgendwie müssen wir ja durch. Irgendwie müssen wir. Irgendwie müssen wir es nicht schaffen. Erinnerungsketten. Metallfinger. Da kommt dieser Arschficker mal wieder hier durch. Leider. Die ist ja wired. Ja, blablabla. Das kennen wir alle schon. Ja, blablabla. Den Häcksel kennen wir schon. Waren wir mal weiter. Ja. Backlads. Und wir wollen die Gegenwartung. Abwehr modus. Und. Gift zu. Mal mal. Anglis Moodle schon mal mal Ja 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 mal 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 ein bildungsalber so aber das mit den drohnen hab ich ja da nicht mehr aber ok Lichtschuss warte mal so irgendwie müssen wir hier auseinander ficken können so das ist eh schon ein sozial entkommen können wir ja nicht ah hier haben wir den drohnen angegriff weil wir gar nicht mehr ach so 7.000 robot anbieten ja das ist aber schon geil ich vergesse jedes mal den gang zu wechseln so manche müssen ja noch probieren das knallt schon richtig verdrehen mal mal aufladen ich lad mich mal auf jetzt halte sich auch noch dieser wichser ja scheiße so ja ja tut Hm. Du weißt nichts über mich. Ich war einmal im Sünde, weshalb Gott nie die Reibsinnige gedroht hat. Nur durch seine Heiligkeit konnte ich seinen Gott empfangen. Ich handelte, wie Gott es mir durch seine Heiligkeit befohlen hatte, in der Hoffnung, dass er mich eines Tages weder meine Sünde vergeben würde. Religion ist eine Geistekrankheit, weißt du selbst, oder? Du bist ein wahnhaftiger Phonetiker, Wyatt Earp. Schweig. Du weißt den einen Weg zerstört, über den ich zu Gott sprechen konnte. Ist doch egal, was ein imaginärer Freund zu dir spricht. Wie soll er mich jetzt sehen, wenn ich nicht weiß, was er wünscht? Doch es gibt eine Sache, die er sich definitiv wünschen würde. Deinen Tod. Wenn Gott doch angeblich alle liebt, warum sollte er sich den Tod wünschen? Wer würde sich nicht über den Tod der Pension verdreuen, die einem die Sünde erwünscht hat? Niemand. Mach dich das zu einem besseren Menschen? Ja. Nö, du Arsch VK. Ähm, ja. Oh. So. Es ist vorbei! Wired. Still. Was tust du da? Auch nichts Besonderes. Eine Pneuma. Eine Droge, welche die psychische und magische Stärke verbessert. Nicht LSD oder Cannabis. Du willst mich doch wohl verarschen. Die Inquisition hat ihr gut toll gefüllt. Spürt die Dach in Gottes Edelhöhlen. Ja, der Heiden. Was? Verräter, Verräter. Eva? Wo ist denn Adam? Ach, Adam, den hab ich aufgegessen. Ach so. Ich konnte mir das nicht länger anhören. Verräter. Ja, sag ich doch. Verräter, Verräter. Eva? Ah. Was? Äh, äh, das. Ist das, ist das, ist das Schicksal, das Gott für mich erwählt hat? So eine geistige Krankheit namens Religion. Ja, das ist es. Lass mal sehen. Ein paar gebrochene Knochen. Na okay, wenn's nicht weiter ist. Ach, Quatsch, ist doch nur ne Fleischwunde. Ne Kreischwunde. Was machst du denn hier? Wir sind deinem Lebensanker gefolgt. Aber ich kam nicht aus dem gleichen Grund wie er. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe verstanden, dass das, was ich sagte, falsch war. Ah, ihre Ex-Frau. Ich habe dich verantwortlich gemacht. Gesagt, dass du hättest bleiben müssen. Damals. Dass du die Kirche von innen heraus mit uns hättest verändern sollen. Ich weiß, aber ich war dumm und floh. Wie ein Floh. Nein. Dafür kann ich dich nicht verantwortlich machen. Als du die Probleme der Kirche angesprochen hast. Ähm. Da verteidigten wir sie. Wir wollten es nicht zugeben. Wie hätte ich von dir erwarten können, zu bleiben, wenn ich dich immer von weg stieß? Wir haben dir keine Wahl gelassen. Eva. Die Zeit läuft uns davon. Ich weiß nicht, was ihr hier vorhabt. Aber fahrt fort. Mein Körper schmerzt. Doch ich werde überleben. Äh. Knochenbrüche sind doch nichts lebensgefährliches. Aber okay. Ich bin auch kein Arzt oder so. Ich habe die schlimmsten Wunden versorgt. Sie sollte für den Moment durchkommen. Wir holen dich auf dem Rückwerk. Versprochen. Ich weiß, Jenna. Aber nun gut. Okay. Speichern wir mal, weil wir cool sind. Hier nochmal. Und dann wollen wir auch nochmal. Weil man kann ja nie wissen und so. Warum gibt es denn hier noch einen nach unten, wenn wir hier nicht weiter können? Egal. Und hier? Akademie. Der führenden Wissenschaftler. Hier voll. Ach, egal. Unter Nieser befindet sich ein Zauberkreis. Jedes Mal, wenn ein Zaubergewirkt, sammelt er eine kleine Menge an Äther ein. Das tut er schon Jahrzehnte lang. Und oder? Die Korridore Unter Nieser dienen dem als Zauberkreis. Sind deshalb überall magische Symbole zu sehen? Naja, wie so ein Pentagramm heute noch. Habe ich aber alles schon gesehen. Den gibt's ja nach unten. Ach, der war mir glaub ich noch. Ne. Ja, da war nicht der andere. Achso. Ich dachte schon. Hier, rechts und links. Jeder. Du machst Witze. Nieser wurde nur gebaut, damit wir das Tor im Geheimen bauen können. Content nicht können. Achso. Wir brauchen riesige Mengen an Äther. Wir haben die Akademie an diesem Ort für magiebegabte Menschen aus allen Ländern gebaut. Geklaut, gebaut, versaut. Aufzugsschlüssel. Und hier? Du findest an... Geklaut. 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 Vielen Dank.